Wenn Mama und Mami sich ganz doll liebhaben, Wie bitte? dann kann schon mal ganz schön was daneben gehen. Steff hat nicht das Sperma von Manuel erhalten. Von wem dann? Dies ist die Geschichte von zwei Paaren mit einem Wunsch. Papi, Papa, Mama, Kind, wir wollen als aktive Väter teilhaben. Vergessen Sie's. Wieso? Weil wir keinen Vater wollen, schon gar keine zwei Väter. Das ist unser Kind. Wir kriegen ein Kind. Eine Komödie über Geschlechterrollen und Bauchgefühle. Oh mein Gott, habt ihr das gehört? Was denn? Mein Bauch hat reagiert. Wirklich? Ja, Blödsinn. Doch. Da war voll die Verbindung. Jens, du hast das auch gehört. Dein Magen hat geknurrt, Pupsi. Über Höhenflüge. Lila und ich will werden, bitte. Und Tiefschläge. Was schlägt ihr eigentlich? Sie will unseren Börb beschneiden. Kalle! Komm raus. Du hast es verkackt. Alles. Ich hab doch alle einen Hackenschuss. Ein Film, über das Eltern werden und das Eltern haben. Wollt ihr nicht noch mit reinkommen? Nein, nein, wir wollen zu Dr. Zhivago. Seid ihr krank? Wir kriegen ein Kind. Freitag, 20.15 Uhr im Ersten.